Hallo, ich bin Katja Kipping, ich komme aus Dresden und bin bei der Linken stellvertretende Parteivorsitzende. Ich kenne Anna seit vielen Jahren. Wir haben zum Beispiel in Dresden Seite an Seite dafür gekämpft, dass die Nazis keine Chance haben. Und ich weiß aus der Mobilisierung, um den Nazi-Aufmarsch in Dresden zu stoppen, dass Anna sich nicht nur für Dresden eingesetzt hat, die Nazis zu stoppen, sondern auch in Duisburg sich sehr dafür engagiert hat, dass nach wie vor kein Fußball in den Nazis sind. Deswegen kann ich nur sagen, es lohnt sich Anna in den Landtag zu wählen. Vielen Dank.